Hallo an alle und herzlich willkommen bei Prestige. Ein Prestigesattel ist ein Juwel italienischer Handwerkskunst. Wie alle Lederprodukte muss er regelmäßig gepflegt werden. Nur so behält er langfristig seinen Glanz und seine Gebrauchsfähigkeit. Deshalb bedarf es einfacher, aber unerlässlicher Maßnahmen zur Schaffung einer natürlichen Schutzbarriere gegen starke Beanspruchung, Schweiß und aktive Substanzen aus der Atmosphäre. Tatsächlich gehören Sonne, Regen und Abnutzung zu den Hauptfeinden des Leders, da sie es im Laufe der Jahre trocken und spröde werden lassen. Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung und häufige Pflege ihres Prestigesattels ausschließlich mit Produkten aus dem Hause Prestige. Eine gute Feuchtigkeit spendende Pflege bekämpft die Gebrauchsfolgen und erhält den Sattel auf Dauer intakt. Es wird empfohlen, den Sattel vor der Auftragung des Leather Balsam oder des Leather Oil mit dem Cleaner zu reinigen. Deshalb haben wir das Restige Leather Balsam und das Restige Leather Oil entwickelt. Beide Produkte, sowohl das Balsam wie das Öl, sind natürlichen Ursprungs und bewirken, dass der Sattel elastisch und weich und seine Farben frisch bleiben. So tragen sie die Produkte auf ihren Sattel auf. Beginnen wir mit dem Leather Balsam. Entscheidend ist die Bekämpfung der zersetzenden Wirkung des Schweißes, die auch viele Zubehörteile betrifft. Den Sattelgurt, die Steigbügelriemen und so weiter. Das Leather Balsam begrenzt die durch den Schweiß verursachten Schäden und spendet Feuchtigkeit, während es zugleich einen angenehmen Duft verströmt. Als Alternative kann man das Leather Oil benutzen. Das Leather Oil zieht gut in das Leder ein und verleiht ihm eine Weichheit und eine Griffigkeit, die den Sattel bequem und sicher machen und ihn optimal vor Alterung schützen. Diese Produkte erlauben das gesamte Sattelleder in bestem Zustand zu erhalten. Die Produkte sind häufig und in ausreichender Menge anzuwenden, im Fall der Gurtstrippen jedoch mit Vorsicht. Diese sind aus einem sehr aufsaugenden Material. Deshalb ist darauf zu achten, nur gerade so viel des Produkts aufzutragen, wie für die Auffrischung der Farbe nötig ist. Wir verwenden nur Leder erster Qualität. Möglicherweise vorkommende Unregelmäßigkeiten oder Farbdifferenzen sind eine Bestätigung dessen. Bei normalem Gebrauch übernehmen wir eine Garantie von zwei Jahren für die korrekte Gerbung des Leders und seine handwerkliche Verarbeitung. Der Sattelbaum unterliegt, Unfälle ausgenommen, einer lebenslangen Garantie. Vielen Dank, dass Sie uns gewählt haben und viele Grüße vom Prestigeteam.